Heute machen wir eine Übung, die ich Krokodil nenne. Wir wollen ein bisschen in die Öffnung der Schultern an der Vorderseite kommen und dazu wollen wir auch ein bisschen an der Rumpfstabilität und an ein bisschen Rotation durch die Wirbelsäule arbeiten. Wenn du bereit bist, dann öffne die Arme zu der Seite. Deinen rechten Arm lässt du jetzt nach unten sinken und den linken Arm diagonal nach oben. Und dann stell dir vor, deine Arme sind wie der Mund von einem Krokodil und du möchtest das Maul vorne zuschnappen lassen. Also bringen wir die Hände vor dem Körper einfach zusammen. Dann öffnen wir wieder, vielleicht können wir die Arme auch noch ein bisschen weiter nach hinten strecken und dann wieder die Hände zusammenführen mit den Handflechten. Das machen wir noch ein paar Mal. Versuch hier schön gerade sitzen zu bleiben und einfach nur die Arme zur Seite und diagonal öffnen. Sehr schön. Wir machen das Ganze noch zweimal hier auf der rechten Seite. Vielleicht spürst du die Dehnung im vorderen Teil deiner linken Schulter. Und dann bringen wir die Hände zusammen wieder zur Mitte. Wir öffnen die Arme also wieder zur Seite auf. Dann bringen wir jetzt den linken Arm nach unten und den rechten Arm diagonal nach oben. Und das Gleiche hier auf der Seite auch noch mal. Die Hände kommen vorne zusammen und wir öffnen. Und zusammen. Schau mal, ob du hier deine Atmung mit der Bewegung verknüpfen kannst. Wenn wir die Arme öffnen, einatmen und die Arme wieder schließen, ausatmen. Einatmen, die Arme weit spreizen und beim Ausatmen die Handflächen zusammen. Noch zweimal so. Einmal einatmen, Arme öffnen und ausatmen, Arme wieder zusammen. Letztes Mal Arme öffnen und zusammen. Sehr gut. Dann lass die Hände mal ganz kurz hier auf den Oberschenkeln ruhen. Vielleicht merkst du das wirklich schon in den Schultern. Wir wollen jetzt die rechte und die linke Seite verknüpfen und abwechselnd nacheinander üben. Wir beginnen also wieder mit den Händen in Schulterhöhe und dann die rechte Hand runter, die linke nach oben. Die Hände kommen zusammen. Wir öffnen. Und jetzt rotieren wir die rechte Hand nach oben, die linke nach unten. Wir schließen und öffnen. Rotieren die Hände wieder. Schließen, öffnen. Schließen, öffnen. Schaffen wir noch vier Mal. Rotieren, Hände schließen, Arme öffnen. wieder links nach oben, rechts nach unten, Hände zusammen und öffnen. Noch zweimal. Rechts hoch, links runter, Hände zusammen, öffnen. Denk an dein Krokodilmaul und letztes Mal linker Arm nach oben, rechter nach unten. Schließen, öffnen und dann die Hände wieder auf den Oberschenkeln ablegen. Vielleicht magst du mal ganz kurz hier die Schulter nach oben, hinten und unten kreisen, um zu lockern. Und vielleicht in die andere Richtung von hinten nach oben und vorne. Einfach hier kurz mal die Schultern ein bisschen auslockern. Sehr schön. Und dann sind wir für heute auch schon wieder durch mit unserer Übung im bewegten Adventskalender und sehen uns morgen für eine neue Übung. Mach's gut. Tschau.